Herzlich Willkommen bei Trendy One Guns! Die Partypiepe hinter mir haben die Gamescom gerockt, nehme ich an. Und ich bin Melissa von Reading Unicorns. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Wir sehen uns, tschüss! So, Jungs, wir sind jetzt gerade hier. Altbekannt. Oh, ne Wespe. Eine Wespe am Bildschirm. Seht nicht, nicht. Okay, wir sind gerade in einem Fahrradtaxi. Am Weg zur Turmplatte. Wie man hier sieht. Richtig cool, ja. Wir sind zu viert auf dem Zweisitzer. Das ist so lästig. Uns ist kein Problem. Unser Rückscherfahrer hat das richtig auf. Und der zieht uns da durch. Eiskalt, der kennt da nichts. Ja. Der macht das schön. Richtig cool. Der geht Vollgas. Das ist wirklich, das ist ein Elektrofahrer. Und da kommen wir auch mal weg. Ja. Auf der Turmplatte treffen wir wahrscheinlich bei Junauer. Ja. Und auf dem Video Day. Haben sie uns gesagt, dass sie da sein werden? Ja. Dr. Midian. Blueberry Kings. Und Sarah Williams. Und angeblich noch viele, viele weitere. Das soll da so ein inoffizieller Treffektunauer sein. Wir sind gespannt. Mal wieder spät dran, wie immer. Also zu spät. Ja, definitiv. Aber wir schauen mal. Im Klant war es sechs und jetzt sind wir halb sieben. Halb sieben. Aber wir sind sofort da eigentlich. Das sind sieben. Ja. 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 Auf Wiedersehen. So, wir sind jetzt endlich an der Domratte angekommen, so wie ihr seht. Genau, und wir sind... Einen riesen Yuna-Treff. Genau, da ist jetzt ein Yuna-Treff. Und ja, es sind einige bekannte Yuna-Lon. Genau, ich bin auch bei Yuna. Wie heißt du denn? Ich bin eine Trashinator. Du musst auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja. Was machst du da so? Ähm, ich mach... Spiele und... Ja, ich spiel auf jede Wunschmusik und... Wenn ihr mit Blümchen bist Metallica... Hallo, ich bin Lukas, ich freut mich in deinem Video zu sein. Ich wollte jetzt gar nicht nerven oder so, aber... Ich wollte einfach mal im Video sein und... Ähm, ja. Ja. Hallo, das war's eigentlich schon. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, das war's eigentlich schon. Ja, das war's eigentlich schon. Oh mein Gott! Oh mein Gott, warte mal kurz. Wenn ihr noch lang genug dabei seid und diese Legria vielleicht ausredet und überlegt, was für komischer Typ ist das, dann kann ich euch... Gibt es auf einem Flyer? Nein! Eine Visitenkarte! Nein! Eine Visitenkarte! Ja, schön, dass ihr auch sowas mal habt. Wenn ich mal YouTuber, die ein bisschen Flyer haben hier, ja? Ja! Weil meine Hosentasche ist noch nicht gefüllt. Noch gar nicht. Gibt ihr einen zusätzlichen Flyer? Ich weiß, wer knittert war. Was magst du? Ich verknitter das gar nicht. Ich mach das einfach noch ein bisschen klein. Ja, das ist zu... Was denkst du, warum wir? Ja, Visitenkarten haben. Machen wir das jetzt mal aus. Ja, wir haben Visitenkarten, also... 21 Guns macht auf... 21 Guns? Ja. Macht einfach auch Visitenkarten auf Vistaprint oder sonst irgendwo. Und dann seid ihr gut dabei. Servus! Servus! Ja, wir sind jetzt auf dem Junauer-Treffen gewesen. Der ganze Mob, weiß nicht, ob man es sieht. Verschwindet jetzt auf die andere Platte, da gehen wir auch gleich mit. Und wir ziehen jetzt kurz noch unsere T-Shirt an. Markus ist oberkörperfrei auf der Tonplatte. Und sofort angezogen. Easy. Jetzt sind wir alle angezogen. Die Puppe, warum kommen wir mit? Jetzt wird, das wie wahrscheinlich verlinkt war, ein Riesenvideo von SchreibfühleTV mit der kompletten YouNow-Gemeinde-Community gemacht. Und da gehen wir jetzt auch hin. Oh mein Gott, wie war ich? 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 Echt bei uns? Ja, ich hab auch... Warte, 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 ich muss Werbung machen. Okay, okay, jetzt bin ich gespannt. Uuuuh, das ist schön. Ich will auch Werbung machen. Ohne SintiV auf YouTube. Ich will auch Werbung machen. Dankeschön. Ohne SintiV auf YouTube. Schreibfühle, da kommt der VideoTV. Das war ja nicht. Ohne SintiV. Ich will da. Nein, ich will da. Ein VideoTV. Der Stempi ist ganz böse. Den schneiden wir raus. Wieso Rotkäppchen? Das ist eine Beleidigung. Ja, das hast du jetzt sofort. Ich bin hier. Jetzt bin ich zum seriösen Teil. Jetzt bin ich nach. Bleib drauf, bleib drauf, bleib drauf. Ich bin die Liene. Ich bin die Liene. Hi! Und die noch verdeckt. Nein, Isa. Louis. Louis. Wann ist denn der Antrag gekommen? Oh Gott, letztes Jahr in der Karibik. Total romantisch. Das war so schön. Der Tom ist ein Romantiker. Der Tom ist der Glückliche. Würde man sagen in der Karibik, dann ist der ganze Urlaub im Arsch. Ja, ja. Das hat er sich wahrscheinlich auch gedacht. Ich mach's in der Karibik, dann sagt ihr auch, wie feiern. Genau. Wir haben Hunger, wir müssen was essen gehen. Dann gib mal was essen. Du hast uns wieder eine Videobau. Servus, Wake-up-Pini. Servus! 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 Ich hab niemals gedacht, dass heute viel Spaß war. Oh mein Gott, Wake-up-Pini. Oh mein Gott! Oh mein Gott, war das laut. Ja, ich hab Hunger. Oh mein Gott. Danke schön! Ja, auch wenn wir euch mit den Zerb-Pini. Easy! 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 Oh, hey! Und wir sind gerade wieder hier und immer noch hier. Und jetzt gehen wir einfach mal rum und zeigen euch, wer so alles da ist. Der hat ihr jetzt die Haare... Das hat er nicht getan. Was war denn jetzt mit ihm verkehrt? Der hat, der hat... Der hat voll den Fetisch! Oh mein Gott! Ay caramba! Du bist auch ein bisschen viel mehr EU-Ressen, oder? Ja, äh... Ja, genau. Ay caramba! Ich glaub, wir machen mal nur mal was. Wobei, nee... Nee, das schneiden wir. Okay. Ich hab da mit dem Haaren. Ich hab schon meine Haare auch dauernd. Ich... Wer? YouTuber. Wie heißt der? China, von Appen, Apptower. Ja, aber der darf's. Das war jetzt irgendwie so... Ja! Random. Das war Rassen, ich hab' und es war da voll wie hart. Ahhhhhhhh! Ohhhh! Sexy Boy! Bob, Bob! Was ist das? Die Steffi B. Und die... Rainbow Anna. Rainbow Anna! Ja! Schaut mal da auch vorbei. Die haben wir jetzt da gedachten, sagt mir was. Die gesprächlichsten Leute auf der Welt. Also der Dr. Media, der will jetzt zu essen gehen. Weil der verhungert, weil ich hab noch da mich in Kölle eingesperrt. Nur der Kölle muss... Er weiß es noch nicht mehr. Das ist der Kölle eigentlich in Köln. Ich versteh mal in Kölle. Kelle. 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 KÖlle. Ich bin in Köln eingesperrt. Ich komm hier nicht mehr weg. Im Keller ist der eingeschlossen... Wie sagt man noch mal zu Schnuller? Du zieh! Du zieh! Mach mal bitte! Allen! Mach mal Pikachu! Allen! Mach mal dein Pikachu! Mach mal dein Pikachu! Mach mal dein Pikachu! Was? Das ist cool! Das ist cool! Cool! Wow! Nein, dachte mal! Mach Donnershock! Los, Pikachu! Donnershock! Wacke, wacke! 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 Ich treib dich das besser. Du wuchs in gar keine Wunsch. Ja, Pecha! Dann mach du besser! Ich kann das so besser, aber ich hab keine Lust. Danke schön! Mach mal bitte eine Sprache. Wie war dein Starter-Pokémon? Ja! Dein Starter-Pokémon! Hast du ein Starter-Pokémon? Nein, Pokémon gespielt! Ich wollte schon immer meine Legia haben. Guck mal da! Hallo! Ab in die Gleisester! Ja, Chappie! Wer bist du eigentlich? Ich bin Steffi von Twenty One Guns. Wer ist Twenty One Guns? Twenty One Guns. Twenty One Guns? Ich hab mich an Pokémon-Buck in der Küche. Echt? Den hast du für ihn gehört? Ja! Hahaha! Aber seid ihr noch klein! Habe ich noch nie ganz oben gesehen. Ich war einmal... Was, einmal? Einmal war ich Nummer Eins bei Hashtag Love. Gibt's das so? Bei ihr? 300? Boah, da müsst ihr ja auf jeden Fall mal supported werden. Das geht ja gar nicht. Only Video. Leute, die werden auf jeden Fall supported. Ende nächster Woche haben die mindestens 1000 Fans. Mindestens. Happy! Happy! Wie ist das denn? 1400. Ja? Wie schlecht. Hast du nur Jura? Ja? Hast du nur Jura? Ja, gar nicht. Ich bin rein da. Ich bin rein da. Video ist vorbei. Hi! Mein Name ist ChrisTV! Hallo ChrisTV! Aber nicht TV, sondern TEVAU! TEVAU! Boah! Untertitelung des ZDF, 2020